Hallo und herzlich willkommen hier bei UBITESTED. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute mit dem Protagonisten, dem Kia X-Seed als Plug-in-Hybrid. Wir schauen uns den Wagen heute einmal außen an, wir schauen uns den Wagen innen an, wir schauen uns natürlich die Platzverhältnisse an, wir fahren den Wagen, erfahren welche Technik Kia hier verwendet für seinen Plug-in-Hybrid und natürlich gibt es einen Fahrbericht und am Ende die Infos zum Preis und auch Kaufempfehlungen oder Nicht-Kaufempfehlungen. Wenn ihr dran bleibt, vergesst bitte nicht diesen Kanal zu abonnieren und auch gerne zu liken das Video, denn das honoriert meine Arbeit und bringt auch hier ein wenig Reichweite in den Kanal, damit ich euch noch mehr Videos zu neuen Autos unter anderem vorstellen kann. So und jetzt starten wir ins Videoreview mit dem Kia X-Seed Plug-in-Hybrid. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Beginnen wir erst einmal mit der äußerlichen Begutachtung des Kia X-Seed Plug-in-Hybrid. Er steht hier in der aufpreispflichtigen Weißlackierung für Platinum, ist die einzige Farbe, die wirklich Aufpreis kostet, das ist weißmetallig. Dann haben wir hier den typischen Kia Kühlergrill, der auch Tigernase genannt wird, ist hier auch komplett geschlossen. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer hier verbaut, die sehr groß sind und auch eine schöne LED-Tagfahrlicht-Optik haben. Zudem haben wir für den SUV-Charakter unten einen silbernen Unterfahrschutz. 1,88 Meter ist der Kia X-Seed breit ohne Außenspiegel und 4,40 Meter lang entspricht also hier der üblichen Golf-Klasse. Und wie wir hier sehen, die Platinum Edition, die wir haben, das ist die höchste Ausstattungslinie, kommt auch hier mit schönen 18 Zoll Rädern daher, mit sehr abgedunkelten Seitenscheiben und einem gerade nach hinten verlaufenden Dach, was nur wirklich sehr, sehr marginal nach hinten abfällt. Mündet dann aber in einen sehr hohen Heckabschluss, wie ich finde, der aber auch wieder für so einen stämmigen, breiten, dynamischen Auftritt auch am Heck sorgt. Wir haben LED-Rücklichter hier mit einer L-förmigen Lichtsignatur. Unten haben wir einen silbernen Unterfahrschutz mit angedeuteten Auspuff-Endrohrblenden. Und jetzt schauen wir dem Kia X-Seed einmal hinter die Heckklappe. Serienmäßig für alle Platinum-Modelle ist eine elektrisch zu eröffnende Heckklappe. Wir haben dann einen Kofferraum, der 291 Liter hier in der Basis bietet. Das ist leicht eingeschränkt, denn wir haben keinen echten doppelten Laderaumboden wie bei den normalen Verbrennern. Denn unsere Antriebsbatterie reicht bis hier hin, sodass wir dann lediglich hier ein kleines Ablagefach haben, wo Warndreieck, Verbandskasten und das Netz zum Sichern von Ladung für den Fahrzeugboden hier aufgebracht ist. Wir haben hier vier solide Verzurrösen untergebracht. Ihr seht, meine Tasche passt hier ganz gut hin. Auch die zwei Ladekabel, die es gibt für den Kia X-Seed Plug-in Hybrid. Serienmäßig ist wie immer natürlich der Ladeziegel für den Haushaltsanschluss. Das Mode 3 Kabel für den Anschluss an eine Ladesäule, den müsst ihr kaufen für knapp 260 Euro Aufpreis. Wir haben hier dann eine 12-Volt-Buchse auf der linken Seite sowie einen Taschenhaken. Hier ein weiterer Taschenhaken. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 40-20-40 umlegbar. Heißt, wir haben eine Mitteldurchreiche für Skier oder ähnliches, was ich sehr gut finde. Wir sehen auch den Top-Teater hier an der Rücklehne. Das heißt also auch für Kindersitze ist hier vorgesorgt. Wenn wir jetzt die Rücksitzlehne hier umlegen einmal, dann sehen wir auch hier einen fast ebenen Laderaumboden, nur leicht nach oben ansteigend. Also gut zu beladen, wenn denn da nicht diese hohe Ladekante hier wäre, die schon ungefähr auf Hälfte von meinem Oberschenkel ist. Also da braucht es schon ein wenig Kraft, um das Ganze dann reinzulegen. Dafür geht es hier aber nicht sonderlich weit nach unten. Das heißt, das Transportgut ist gesichert. Hier haben wir eine Plastik-Ladekante. Die hier ist ja relativ klein. Das heißt also, da würde ich trotzdem noch eine Lackschutzfolie drüber ziehen. Das hilft ungemein bei Schäden. So, jetzt würde ich aber sagen, wir gehen auf die Rücksitzbank und ich schaue mir mal die Platzverhältnisse für euch an. Der Zustieg in den Fond erfolgt durch einen großen Türausschnitt. Und mit meinem 1,78 fühle ich mich gleich hier echt sehr gut untergebracht. Das muss ich zugeben. Ich habe genügend Kniefreiheit. Meine Füße passen unter den auf mich eingestellten Fahrersitz. Ich habe auch genügend Kopffreiheit. Und die Fensterflächen sind angenehm groß, sodass selbst Kinder wunderbar rausgucken können, wenn sie hier mit im Kindersitz untergebracht sind. Und Kindersitze können übrigens mit Isofix natürlich gesichert werden. Und da hat sich Kia ein sehr intelligentes System einfallen lassen. Denn da ist eine Klappe. Und die gibt es dann, wenn man einfach den Kindersitz drauf schiebt, wunderbar den Haken frei. Und die Kindersitze werden einfach und sicher untergebracht. Sind keine Kindersitze installiert, dann freut man sich in der Platinum-Version hier über eine zweistufige Sitzheizung an den Außenpositionen. Das finde ich sehr, sehr cool. Was ich nicht so schick finde, ist komischerweise, wir haben zwar einen tollen Luftaustritt hier hinten, dafür den Daumen nach oben. Aber es fehlt ein Stromanschluss für die Fondpassagiere. Das ist in meinen Augen schon ein kleiner Fauxpas, der gehört in ein heutiges Auto auf alle Fälle rein. Zumindest einmal USB und 12 Volt oder zwei USB oder mindestens ein 12 Volt Anschluss wäre schon sehr sinnvoll. Wir können auch ein paar Sachen hier ganz gut unterbringen. Wir haben eine Türverkleidung, da passt auch eine 0,5 Liter PET-Flasche wunderbar rein. Wir haben hier zwei Cup-Holder in der Mittelarmlehne drinnen. Und wir haben hier noch ein Netz für kleine Utensilien wie Zeitschriften in etwa. Dann haben wir hier eine Leselampe, eine LED-Lampe sowie Haltegriffe hier. Das finde ich auch gut und einen Kleiderhaken. Und jetzt würde ich sagen, weg von den Kindern im Fond, nach vorne zu den Erwachsenen, hinter das Lenkrad. Äußerst angenehm lässt es sich hier vorne hinter dem Lenkrad oder auf dem Beifahrersitz aushalten. Denn die Sitze sind sehr bequem, sind gut konturiert, bieten ordentlichen Seitenhalt hier im Lehnenbereich oder im Schenkelbereich. Einzig die Sitzfläche ist etwas kurz für große Personen. Da wird man sich eine ausziehbare Schenkelauflage durchaus wünschen. In der Platinum-Version kommt der Kia X-Seed hier mit einer Kunstlederbestuhlung daher. Zudem sind die Sitze hier vorne belüftbar, beheizbar und auf dem Fahrersitz sogar eine elektrische Sitzverstellung mit Memory vorhanden. Beide Sitze verfügen über eine elektrische Lordosenstütze. Und das Lenkrad hier ist nicht nur beheizt, sondern lässt sich auch in Höhe und Tiefe wunderbar leicht und gut einstellen. Die Kopffreiheit hier bei mir ist mit einer Faust nach oben hin noch gut gegeben, trotz des platzeinnehmenden elektrischen Glaspanoramadachs, was wir hier haben. Zudem, der Sitz lässt sich auch ausreichend weit in Höhe und natürlich auch vorne und nach hinten verstellen. Also hier findet jeder schnell eine gute und komfortable Sitzposition. Werfen wir als nächstes einen Blick hier in den Innenraum. Den möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen, was wir denn hier alles so Schönes haben. Zunächst einmal würde ich sagen, fangen wir so ein bisschen mal mit der Verarbeitung an. Die ist nämlich wirklich gut. Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass die Materialien so ein bisschen speckiger wirken oder so ein bisschen glänzend. Und das sorgt so ein bisschen dafür, dass es vielleicht den Materialeindruck eher nach unten zieht, was ich ein bisschen schade finde. Denn die Verarbeitung ist wirklich gut. Auch hier so eine schöne Doppelziernaht, hier über den Armaturenträger gezogen. Da wäre es halt schön, wenn man ein bisschen mehr mattere Materialien verwenden würde. Das fände ich, würde den Innenraumeindruck nochmal weiter Richtung Premium steigern. Wir haben dann eine Mittelkonsole, die so ein bisschen zum Fahrer hin orientiert ist mit dem 10,25 Zoll großen UFO Bediensystem. Und hier unten haben wir ein klassisches Klimabedienteil, was ich sehr schätze. Auch sehr schön die zwei Tasten, die mir ja immer am Herzen liegen. Das ist die Warnblinkantaste, die sehr gut erreichbar ist und die für die Zentralverriegelung. Darunter haben wir dann die Info über die Sitzbelüftung, die Sitzheizung, die Lenkradheizung sowie Sitzheizung und Belüftung für den Beifahrer. Darunter ist dann leicht versteckt hier die induktive Ladeschale für das Smartphone. Es gibt dann hier eine kleine Lampe, die uns anzeigt, dass das Smartphone lädt. Eine Ebene weiter runter ist dann ein kleines Ablagefach. Da gibt es einen USB-Anschluss für das Mediasystem, ein zweiter USB-Anschluss, auch USB-A, der wirkt sich hier. Und wir haben dann noch eine 12-Volt-Buchse. Also Stromanschlüsse gibt es hier vorne auf alle Fälle genügend, wo es vielleicht am Fond ein wenig mangelt. Dann werfen wir den Blick hier rüber auf das Lenkrad. Das ist mit so einem schönen Glattleder bezogen. Das liegt gut in der Hand, hat auch eine schöne Ausformung, wie ich finde. Das ist relativ dünn vom Kranz, fasst sich gut an. Dann haben wir auf der linken Seite die Tasten für die Audiobedienung. Hier laut und leiser, Skippen von Tracks oder in Telefonannahme bzw. Ablehnung. Dann haben wir den Bordcomputer, den können wir hier durchswitchen. Und auch die Untermenüs dann hier mit der kleinen Wippe durchgehen. Dann haben wir die restlichen Tasten, sind für den Tempomaten, der adaptiv ausgeführt ist. Das heißt Abstandsregeltempomat und wir können teilautonom fahren. Das heißt, das Auto hat auch einen Lenkspurassistenten und das erleichtert das Fahren natürlich auch auf langen Strecken nochmal erheblich. Ein voll digitales Kombi-Instrument, Großanzeigen, sehr gut ablesbar, aber nicht sonderlich viel Anzeigevielfalt, wenn man das etwa zum Beispiel aus dem Volkswagen-Konzern gewohnt ist. Beim Mediasystem, und da würde ich jetzt nochmal drauf zukommen, das wird UFO genannt hier von Kia, ist auch mittlerweile sehr modern angekommen. Es gibt Leichtzeit-Karteninformationen. Das Fahrzeug ist natürlich auch immer mit dem Internet verbunden. Darüber werden dann auch entsprechende Updates over the air gezogen. Dann haben wir hier Direktwahl-Tasten, zum Beispiel für die Kartenansicht, die sehr schön aufgelöst ist, wie ich finde. Bietet auch ein schönes Farbspektrum. Das gefällt mir sehr gut. Die Navigationseingabe können wir eben über Spracheingabe machen oder aber ganz normal über ein Bedienfeld. Dann haben wir hier noch eine Sterntaste. Darauf kann man dann individuell ein paar Funktionen ablegen. Ich habe zum Beispiel die Plug-in-Hybrid-Anzeige mir hier hergeholt und da ist es auch ganz gut. Können wir gleich reinschauen. Erstens, wir haben keine elektrische Reichweite mehr. Der Akku ist eigentlich offiziell leer, hat aber noch eben diese Restspannung von 10%, die man ihm immer versucht aufzuhalten, damit die Leistung hier einfach weiter bestehen bleibt. Dann können wir hier das Lademanagement einstellen, wann wir laden. Dann den Eco-Fahrbetrieb haben wir hier drin. Und da gibt es noch einen Verlauf, den wir uns ziehen können zum Thema Verbrauch und natürlich die Energieflussanzeige, die hier auch schön aufbereitet ist. Dann haben wir natürlich noch das Radio, was wir hier haben. DAB ist vorhanden. Media gibt es auch. Und da haben wir jetzt beispielsweise eben Android Auto. Das habe ich für euch einmal hier verbunden. Und wir können natürlich noch diverse Einstellungen hier am Fahrzeug vornehmen. Das gefällt mir auch ganz gut. Es ist alles wirklich sehr übersichtlich gestaltet, auch wenn es viele Untermenüs sind. Man muss sich so ein bisschen erst einmal reinfuchsen, sage ich mal, oder mit dem Fahrzeug befassen. Aber dann kommt man recht leicht zurecht. Hier sehen wir übrigens Android Auto. Apple CarPlay gibt es natürlich ebenfalls. Das könnt ihr machen, wie ihr es möchtet. Und ich finde beides ganz gut. Ich finde, wobei Android Auto, und das sehen wir hier, ist es so ein bisschen kleiner geworden. Man lässt hier einen großen Rand. Also man nutzt nicht die komplette Displayfläche. So, was haben wir noch? Wir haben auf der linken Seite noch Informationen für Fahrassistenz. Das heißt, das Spurhalteassistent, den Traktionskontroll zum Ausschalten, sowie die Entriegelung des Tankdeckels. Dann den Spurwechselwarner, also den toten Winkelassistenten, sowie auch das Konditionieren der Batterie. Das heißt, wenn wir laden wollen, haben wir hier die Möglichkeit, dann das Ganze abzubrechen. Oder aber eben, wir haben eine elektrische Heckklappe, wie schon gesagt, die wir entriegeln können. Oder die Helligkeit des Displays einstellen. Und was wir hier sehen, ist noch eine Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer. Das heißt, wir sind hier in einem, ja, relativ geringen Lumenbereich. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, hier keine elektrische Leuchtweitenregulierung, sondern eine manuelle. Die Mittelkonsole, da gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein. Da haben wir den Automatik-Wählhebel oder den vom Doppelkupplungsgetriebe, besser gesagt. Wir haben eine elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, zwei Cup-Holder, noch ein kleines Ablagefach für den Schlüssel. Eine Armlehne, die aber nicht verstellbar ist, sondern nur zu öffnen. Und darunter verbirgt sich ein großes Ablagefach. Damit würde ich sagen, schließen wir mal den Innenraum ab. Und jetzt gehen wir unter die Motorhaube zum Antrieb. Unter der Motorhaube, die wir hier manuell öffnen müssen und hier mit Haltestab arretieren, also einen Niveaulift gibt es hier jetzt nicht. Steckt ein 1,6 Liter Vierzylinder-Saugmotor, den man auch so ganz normal kaufen kann. Der hat 77 kW Leistung und 143 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist dann gekoppelt an einen Elektromotor, der 40,5 kW leistet und 170 Newtonmeter. 1 zu 1 zusammenrechnen kann man es ja nicht, wegen Antriebsverlusten, Batteriekraft und so weiter und so fort. Also respektive bleiben 103 kW Leistung stehen und 265 Newtonmeter als Spitzensystemleistung. Was muss ich sagen? Natürlich ist er gekoppelt an eine Antriebsbatterie. Die hat ein Fassungsvermögen von nur 8,9 kWh und lässt sich über den Anschluss links im Kotflügel vorne laden. Mit maximal 3,3 kW an einer Ladesäule. Also nur einphasiges Laden ist hier möglich. Dadurch, dass die Batterie aber relativ klein ist, lässt sich auch die Ladezeit reduzieren. Maximal 2 Stunden 45, wenn die Batterie komplett leer ist. In den meisten Fällen lädt man ungefähr 2,5 Stunden, da wir noch ein wenig Restkraft immer hier im Akku behalten. Oder das Management das Ganze hier so zulässt, sodass maximal immer nur so ungefähr 90% geladen werden müssen. Die maximale elektrische Reichweite konnte ich sehr schön bei der Verbrauchsfahrt ermitteln. Schaut doch mal da in das Video rein. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da seht ihr auch, was der Wagen auf einer Verbrauchsrunde, die wir immer fahren, konsumiert hat. Mit vollem Akku und mit leerem Akku ist durchaus sehr aufschlussreich. Im Gesamtmittel kam ich hier auf rund 3,5-4 Liter Verbrauch, wenn die Akkubatterie stets geladen wurde. Der Motor, muss ich leider sagen, arbeitet zwar sehr, sehr ruhig und das Zusammenspiel ist wirklich nicht spürbar, wenn der Motor aus- oder angeht. Das ist sehr schön. Einzig problematisch wird es, weil der Kia keinen Zuheizer für die Heizung hat. Das hier notwendig ist, dass der Motor stets läuft und dadurch natürlich Abwärme produziert, die wir für den Innenraum benötigen. Finde ich ein bisschen schade. Da hätte man durchaus einen elektrischen Zuheizer eigentlich verbauen können. Auf der Straße dann zeigt der Kia X-Seed, dass er eher zur sportlichen Fraktion gehören möchte. Die Federdämpfer-Abstimmung ist eher straff orientiert, bietet aber dennoch einen sehr guten Gesamtkomfort. Im Alltag, wie ich finde, selbst auf schlechten Untergründen macht er eine wirklich gute Figur. Es wird viel auch über die Sitze gut weggefedert. Die Lenkung ist auch sehr interessant, denn sie bietet sehr schönes Feedback, was man so gar nicht von anderen Herstellern in dem Umfang gut kennt. Sie ist angenehm, straff und auch direkt. Also hier haben die Ingenieure eine sehr gute Gesamtarbeit beim Fahrwerk geleistet. Natürlich darf auch das Thema Fahrassistenz hier im Kia X-Seed nicht fehlen. Und da bieten die Koreaner schlicht alles, was derzeit möglich ist am Markt, auch für den X-Seed an. So zum Beispiel auch einen aktiven Spurhalteassistenten, eine aktive Spurführung oder Querverkehrswarnung, Notbremsassistent oder tote Winkelüberwachung. Das Fahrzeug kann auch teilautonom bewegt werden nach Level 2. Das heißt also, das Fahrzeug kann sich am Vordermann orientieren und die Spur dann dennoch halten. Die Systeme arbeiten auch sehr zuverlässig, sind vielleicht auch eher ein bisschen auf frühzeitige Warnung und frühzeitigen Eingriff ausgelegt. Aber ich finde, das ist dennoch ganz ordentlich gemacht. Kommen wir zum Fazit mit dem Kia X-Seed Plug-in Hybrid. Ein sehr schönes Fahrzeug, optisch fährt sich toll. Der Plug-in Hybrid Antrieb hat mich jetzt persönlich noch nicht so ganz überzeugt. Ich würde vermutlich hier zum normalen Verbrenner greifen, da einfach auch das Geld sparen. Natürlich ist er jetzt nicht wesentlich teurer als der 140 PS Benziner, denn wir bekommen ja schließlich die Umweltprämie hier in Deutschland. Und er ist voll förderungsfähig. Das heißt also, 7.177,50 Euro dürft ihr vom Preis wegrechnen, der bei 35.990 Euro beginnt. Und der Testwagen in der Platinum-Ausstattung mit Vollausstattung liegt dann bei 43.090 Euro. Insgesamt aber ein gutes Package für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor allem 7 Jahre Herstellergarantie bis 150.000 Kilometer gibt Kia on top. Und genau das macht natürlich Kia auch so attraktiv. Derzeit die umfangreichen Garantieleistungen. Ein sehr schönes Fahrzeug. Ein Fahrzeug, was sich durchaus sehr gut fahren lässt. Nur eben hier vielleicht mit dem Plug-in-Hybrid jetzt nicht so viel Innovation nach außen hin verkörpert, wie dies vielleicht andere derzeit tun. Ich sage jetzt vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Bin aber jetzt gespannt auf eure Kommentare unten über den Kia X-Seed. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Video zu liken, damit wir weiter vorankommen hier auf dem Kanal und für euch immer neue Fahrzeuge vorstellen können. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.